... wurde den grauen Wächtern vor langer Zeit Unterstützung zugesichert. Sie wurden einst als reine Formalität betrachtet. Aber da so viele ihre Verpflichtungen uns gegenüber vergessen haben, ist es vielleicht nicht das Schlechteste, etwas in der Hand zu haben, um sie daran zu erinnern. Hm, ist das auch Teil des Beitritts? Nein, aber wir müssen die Mühe auf uns nehmen. Ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr diese Aufgabe gewachsen seid. Okay, wir sollen das Archiv und drei Fläschchen mit Blut suchen. Verstanden, danken. Gib gut auf sie acht, Alistair. Kehrt schnell und wohlbehalten zurück. Das werden wir. Dann möge der Erbauer über euch wachen. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr. Gut, bis dahin, danken. So, wir haben ein volles Team mit fünf Leuten. Und leider sind diese fünf auch alles Krieger. Drei davon sind Krieger. Ich bin Magier. Und ich will jetzt mal eine Runde normal speichern. Ich will dabei was gucken. Ba, 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 ba. Eins, eins. Oh, bereits eine Stunde. Ich glaube, das Blut und das Archiv hole ich mir noch. Dazu sollte der Speicherplatz, der ich noch halber eigentlich reichen. Grüße. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen. Aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Hm. Das habe ich auch nie erwartet, dass da drin irgendwie irgendjemand mit irgendwas sicher ist, wenn dort ein Klipp-Rut rumrennt. Wird geladen, wird geladen, wird, 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 wird geladen. Lade schneller. Los. Ja, je länger ich spiele, desto ewig länger dauert die Wartezeit dafür. Deshalb kann ich auch nicht ewig lang dann auch spielen. Und Gebiet freigeschaltet. Kakari Wildnis. Gut, dann mal los. Und nimm mal voraus. Auch wenn ich als Magier eigentlich eher weiter hinten stehen sollte. Wölfe ertöten. Recht. Gegner 1 getötet. Und das ist nicht der letzte. Ja, natürlich. Ich war den da. Ah ja, einer von denen da hinten ist oben. So, daher passt das. Drehen, drehen, drehen. Ich will das Spiel auch ein bisschen nehmen. Oh. Ich spuck Gift. Mein Stab spuckt Gift. Warte. Quats. Okay, den da hinten schnappen wir uns auch noch heiß. Da. So. Da. Da. So, ein Gegner tot und da hinten ist noch ein Wolf. Den komme ich aus der Sicht gerade nicht ran. Okay, dann muss ich mal kurz Resister übernehmen und beendet. Der Weg könnte sein. Stell dich an. So, Gegner getötet. Loot einsammeln. Wir haben Wolfsfell. Natürlich. Noch einen schwachen Wolf. Wundumschlag mit Wolfsfell. Schon unterwegs. Und einen schwachen Liriumtrank. Wie der Wolf das auch immer hätte tragen können. Wir haben hier noch ein paar Wölfe. Wölfe. Schwacher Wundumschlag. Los geht's. Liriumtrank. Wolfsfell. Wolfsfell. Und einen Missionar Jogby, der bereits tot ist. Kodex-Eintrag. Brief an Jogby. Gut, Jogby. Ein sterbender Soldat. Und nichts leben lassen. Als wäre ich wirklich so kalt. Wer ist da? Graue Wächter? Er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spähtrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir. Ich muss zurück ins Lager. Du siehst aber ganz schlecht aus. Wir können euch zurückbringen. Wenn ihr mir nur einen Verband anlegen könntet, schaffe ich es allein zurück. In meinem Gepäck sind Verbände. Und Vede benutzt einen von unseren Wundumschlägen. Vielen Dank. Sirene. Sirene. Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig. Und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? Hundert? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde schreien. Gut. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Ihr vergesst, dass ich Magie beherrsche. Uns wird nichts geschehen. Ich kann mich trotzdem nicht mit dem Gedanken an Freunden auf eine Armee zu stoßen. Ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Gut zu wissen. Seht ihr es, Herr Ritter? Es kann sein, dass wir sterben. Aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa beruhigen? Mich beruhigt es. Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Wenn ich schon sterbe, sollte ich es zuvor wissen, wie? So, Wildnisblume, noch mehr Leichen. Ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich den Mabari nenne. Ich habe mich noch nicht gewöhnen. So, wir sind alle hinter dem Wall und Angriff. Oh, und jetzt kommt der sie natürlich auf dem Bach. So, jetzt solltest du drangehen, die hier oben anzugreifen. So, jetzt kommt der Schilddeckung. Aktivieren, Schildhammer. Der letzte Hörer. So, gut. Schön auf Starkergy. Dann können wir uns jetzt mal unter dem Loot. Oh, da ist noch eine Elfenwurzel, die will ich auch. Fläschchen mit dunkler Blut, gut. Mit dunklem Blut von der Brut. Okay, Fläschchen Nummer eins gefunden. Fläschchen Nummer zwei gefunden. Ja. Kein Fläschchen Nummer drei, okay. Und dann holen wir uns noch die Elfenwurzel, hieß die glaube ich da hinten. Ja, Elfenwurzel schnappen wir uns dann auch gleich noch. Quicksave und weiter geht's. Da ist ein Lager. Das sieht mir doch stark nach dunkler Blut aus. Okay, es geht weiter. Dann. Er ist auf dem Tor an den beiden Meistern. Jetzt wird es los nicht. Ich nehme hier Fläschchen, aber meine Magie auch so ist die Elfenwurzel. Weiter machen wir uns dann mit der Elfenwurzel. Ja. 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 Das ist ein Schurker, welches ich das gewusst hätte. Na ja, erstmal wieder die Leichen der Feinde plündern. Das dritte Fläschchen mit Blut von der dunklen Brut. Noch ein Fläschchen, obwohl ich das nicht mehr brauche. Noch ein Fläschchen. Noch ein Fläschchen. Oh, Level ab für den Helden. Okay. Ist der... Ne, der Blut mag jetzt nichts. Ah, die drei... Den muss ich... Ich habe Spezialisierungen. Muss man erst aber freischalten. Drei davon sind schon freigeschalten, die Blutmagie halt nicht. Aber ehrlich, Blutmagie ist am schwersten freizuschalten. Weil es den nur auf eine Möglichkeit gibt, den sich zu holen. Das soll mich mal nicht stören. Heilung kommt jetzt was weiter zur Seite, damit ich es so spielen kann. Den Bogenschützen noch kurz durchsuchen. Das Fläschchen mit dem Blut wegnehmen. Mit Ruhe finden. Das Vielen Dank.